Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Air. Wir machen gleich die nächste Aufnahmesession und bauen hier weiter ab. Und hoffen weiterhin darauf, dass kein Aliencreeper kommt. Boah, gleich zwei Aliencreeper, das war echt heftig. Wir haben ja auch wieder diese schönen roten Streifen im Hintergrund. Okay. Okay. Es geht voran, es geht voran. Es geht voran. Es geht voran, es geht voran, es geht voran. Es geht voran, es geht voran. 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 Hmm, Rinshott. So, was ich da? Wenn es jemand hat, oder? Ja, dann. Sehr schön, so will ich das sehen. Was ist das eigentlich Aluminium? Was haben wir mit das Gold geschmolzen? Noch mehr Gold, mach mal. Da noch Gold. Da weiter. Okay. Ne, kein Gold! Gold haben. Oh Gott, dann kann man das schon machen? Bestimmt nicht. Mike und ich bin schon worden. Jetzt packen wir schon. Oh, ja, 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 ja. dann wird ja nicht für dünn Das ist Chocopedia. Chocopedia. Da. Darauf steht, oder? Da. Bleibt es da jetzt stehen, oder? Okay, der Platz stehen. Okay. Okay. Jetzt steht es gut. Da waren auch Chocopedia dran, glaube ich. Ich肩 Rafael. Das ist gar nicht so leid. Das war's. Dann gehen wir. Dann gehen wir. Ich denke, jetzt gibt es eine Brille. Ich denke, jetzt wird es so toll. Ich denke, jetzt geht die Brille. keine diamanten das ist heftig oh Gott ist Gold hier raus Mann ich will jetzt aber ach man ach man, ach Gold, aber 32 für meine Klau, oh oh, ist geil, alter Leber irgendwie jetzt noch schon mit der Starz noch weg Geht auch nicht. Soulstealer? ein schönes Eisen schönes großes Eisenschwert dazu noch eine schöne Rüstung und damit beenden wir dann auch die Folge bis zum nächsten Mal Ciao